Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. Wir holen uns die lachenden Banditen. Also es sind jetzt doch nicht so viele, wie ich dachte. Ich wusste jetzt nicht, in wie weit das noch geht. Ich guck mal, ob ich die von oben so richtig schön erwischen kann. Naja, das war nicht so, wie ich dachte. 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 So. Oh. 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 Okay. Oh, here's the Gone of Human. Okay. Dann müssen wir wohl der Dame mal... ...einen Besuch abstatten. Irgendwie... ...ist das noch nicht meins. Also... ...irgendwie... ...muss ich hier nochmal was anderes machen... ...anstalten. Naja gut, ich habe wenigstens schon mal... ...den Legenden-Erzähler. Toll. Dann haben wir hier nochmal einen Bambus-Stand. Das war doof. Oh Gott. Das war falsch. Aber wir schaffen das noch. Oder auch nicht. Musik ist so bedrohlich. Ja, wie gesagt... ...hier kommen wir wohl nochmal zurück. Jetzt müssen wir erstmal nochmal... ...zu Saki... ...oder wie sie hieß. Okay, uh. Ich hätte jetzt auch einfach die Brücke nehmen können, Pferd. Mein edles Ross. Wie war das Wort noch... ...in den letzten Folgen, was ich... ...gebraucht habe? Rossen? Lass uns rossen. Total wärmert, ey. Ja, irgendwie müssen wir in die Richtung. Ach. 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 So, ich geh mal wieder auf die Straße. Ist eine ganz gute Idee, glaube ich. Guck mal, hier ist noch ein Fuchsbau. Guck mal, hier ist noch ein Fuchsbau. Natürlich führt er mich an den Mongolen vorbei. Das war knapp. Ich kann sagen... ist da noch jemand oder das muss ich mal eben gucken karte aktualisiert ok da ist auch noch was naja gut so jetzt noch mal bitte fuchs sorry ich war abgelenkt der vogel will ja auch hin cool danke fuchs der ist mal versteckt ja so wo ist denn der fuchs kann ich ihn nochmal streicheln nö jetzt gerade nicht ah deswegen war ich glaube ich beim letzten mal ich bin irgendwo runter gesprungen und dann hatte ich nicht mehr so viel energie ich glaube da war mal was so jetzt müssen wir den vogel nochmal finden da ist er mal sehen was der uns noch so zu zeigen hat ein haiku so so verborgene pause also der brise folgend wacht über alle ich finde der brise folgen finde ich toll also der brise folgend kühle berührung bleibt reinigt sachte und erfrischt oder der atem strömt in den wind das passt ganz gut finde ich auch irgendwie nice pastet schnell voran für wandel bereit ein neuer beginn ein neuer beginn ein neuer beginn ein neuer beginn aber ich habe gesehen da drüben hier ist wahrscheinlich ein wie heißt denn das ein schrein ja aber erstmal reiten wir jetzt zu der tante ein ich bin ich Wer ist das? Ich habe es echt schon geschafft mittlerweile, dass die von mir abhauen. Habt ihr noch was für mich? Nö. Doch ein bisschen. So. Ich bin voll irgendwie in der falschen Richtung. Verdammt. Ich komme hier irgendwie runter. Ja, das sieht ganz gut aus hier, ne? So, im Fischerdorf. Da war sie. Im Endeffekt hat sie ein bisschen Schuld da dran, ne? Dass die Familie gestorben ist. Oh. Ja. Die lachenden Banditen. Die lachen jetzt nicht mehr, aber... Ach. Die Lülle jetzt... Was die sich jetzt auch noch rumgebracht hat... Ja, ich weiß, sie hat ein bisschen Schuld da dran, aber... Das ist jetzt nicht, ne? Ach guck mal, die Pfeile, die nutzen wir eh nicht. Wie hieß denn der eben, den wir jetzt... Den fand ich gar nicht schlecht. Talisman... Der Prügelei. Den nehmen wir mal mit rein. Puh, ja. Ein neues Geschenk ist verfügbar. Ja, aber gehen wir einfach mal da hin, ne? Goldener Tempel, das ist immer die einfachste Sache. Dieser Vogel, Alter, der macht mich irre. So, Bogenmacherin. Ach so, Geschenk. So, zwei Verbesserungen. Die Ronenkleidung, die wir ja nicht nutzen eigentlich. Hier. Da. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Vorräte. Erhöht die Herausforderung-Serie um eins. Nach gewonnenen herausfordernd ist die Chance, 10% umstehende Gegner zu verängstigen. Erhöht die Herausforderung-Serie um zwei. Okay. Ja, doch. Das ist schon witzig. Wenn die denn teilweise abhauen. Das sammeln wir natürlich. Wir gehen jetzt nicht zur Bogenmacherin, weil, äh, im Endeffekt... Habe ich das Geschenk schon geholt? Anscheinend ja. Vogel, du nervst. Du zeigst mir eh irgendwas, womit ich nicht klarkomme irgendwie. Wir können natürlich hier nochmal hin. Wir können nochmal da hin. Dö, 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 dö. Ähm. Ich weiß gar nicht. Ich würde gerne hier mal hin. Da können wir leider noch nicht hin. Doch, können wir. Wir machen mal eine Schnellreise nach Komoda. Also hier sind wieder Leute. Aber, noch nicht... Äh, so wie ich das eigentlich meinte. Wir reiten da mal hin. Machen das in der nächsten Folge. Aber wir reiten schon mal hin, weil... Wir kennen das ja. Wer weiß, was wir unterwegs noch so... Finden. So, da ist der Legenden-Johnny. Was haben wir hier? Das sind doch Mongolen, oder nicht? Er ist nicht die Idee, die Erkrankung aus. Wir müssen wissen, dass wir jetzt nicht neue Erkrankung der Stift bekommen haben. Ich weiß nicht, aber nicht die Erkrankung. Ich weiß nicht, die Erkrankung ist. Wie sein, diese Erkrankung. Ah Okay Was hatten die hier zu suchen? Gucken wir uns doch mal eben um, ne? Eigentlich nur normal geplündert, so wie es aussieht Ist nicht mehr viel zu holen für mich So Welche Richtung müssen wir? Eher die Ist jetzt ja auch vollkommen noch Gebiet, was wir nicht so kennen Wer ist denn? Das ist die Ver Cornel Die ist gut, was ich vere. Was sind denn? Getschock! Was sind wir? Getschock! Höfh! Höf! 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 Okay, besiege die Mongolen, töte einen Gegner, der eine Windglocke untersucht. Okay, das sollte jetzt nicht ganz so schwer werden. Gucken wir mal eben, ob wir das bei den beiden hinkriegen. Ähm. Das hat nicht so gut geklappt, ne? Okay. 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 das war jetzt blöd ja 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 voll dämlich auf mich aufmerksam gemacht, aber so richtig stümperhaft ok, der ist da oben ich da auch irgendwie hoch und 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 so viele sind es nicht mehr danke ich habe sie ihnen sie 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 Okay. Bonusziel haben wir abgeschlossen. Was war denn das hier? Okay. Furuta. Abgeschlossen. Naja, gut. Bleiben wir einfach nochmal dabei. Abgeschlossen. In der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir zur nächsten Mission kommen. Ich wusste, dass wir wieder irgendwie aufgehalten werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denn. Auf Wiedersehen.